Hallo, ich bin Cortana und ich bin hier, um dich zu unterstützen. Eine Anmeldung hier, etwas WLAN da und schon ist dein PC betriebsklar. Du kannst Sprachbefehle oder die Tastatur verwenden. Wenn du möchtest, dass ich still bin, wähle einfach das Sound-Symbol aus. Wenn Sie eine unterstützende Sprachausgabe benötigen, drücken Sie gleichzeitig die Windows, die STRG und die Eingabetaste, um die Sprachausgabe zu aktivieren. Das war's auch schon mit der Einführung. Lass uns loslegen. Deine Region ist auf Deutschland festgelegt. Ist das richtig? Ja. Deine Tastatur ist auf Deutsch festgelegt. Möchtest du dabei bleiben? Ja. Verwendest du noch ein anderes Tastatur-Layout? Nein. Nein. Du bist nun verbunden und wir können nach Updates suchen. Gib einen Namen für dein Konto ein. Gib nun ein Kennwort für dein Konto ein. Gib das Kennwort bitte noch einmal ein, um sicherzustellen, dass wir es richtig verstanden haben. Sehr gut. Wenn du bei einem Offline-Konto dein Kennwort vergisst, erfährst du es nur wieder mit Hilfe eines Hinweises. Daher sollte dein Hinweis einprägsam sein. In diesem Teil der Installation geht es um mich. Darf ich die Informationen verwenden, die ich benötige, um dich bestmöglich zu unterstützen? Ja. Diese Einstellungen empfiehlt Microsoft. Überprüfen Sie sie und klicken Sie auf Annehmen, um sie anzunehmen. Das ist der letzte Schritt. Wir müssen noch ein paar Kleinigkeiten vorbereiten. Dann gehört Windows schon dir. Ich freue mich darauf, dir zu helfen. Esperen. Weil das ist eine Einzelk identifying, um die Übersetzung auf der Kriegung ist. Wenn du bei einer Bühne ansstelle und eine Körlung des Spielpunkts überprüfenst, ist dein Dich. Und eine Körlung des Spielpunkts überprüfen. Ich freue mich darauf, dass Sie sich beherren. Danke. Und die Körlung des Spielpunkts, ist eine Körlung des Spielpunkts. Was war etwas dran und Achtet. Das ist eine Körlung des Spielpunkts, immer noch ein Körlung des Munknages. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020